Servus und herzlich willkommen. In der letzten Folge suchten wir den Eingang, den suche ich jetzt immer noch. Und dann schauen wir mal, ey, der muss hier irgendwo sein. Ganz schön rutschig hier. Ist mit dem Felsen was auf sich? Nein. Wo könnte der denn sein? Oh, 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 oh! Ist denn da der Eingang? Da, oder? Nee. Das muss unten irgendwo sein. Hier. Alter, 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 Alter Lass mal sehen Könnte denn der Eingang sein? Hier ist auf alle Fälle eine Straße Hier Na, das ist zu offensichtlich Wahrscheinlich ganz unten Auf ganz blöd Da geht's hoch Was ist denn das geheimliche Versteck? Weil da glaube ich bin von dem Haus gekommen, oder? Das jetzt wieder finden hier in der grünen Hölle Ach, scheiß drauf Kann man nachher immer noch suchen Ja, kack Kacke, Furz Scheiß drauf Oh, kenne ich schon das Kann man sich irgendwie abseilen vielleicht Oder von der Seite Aber ich glaube nicht, dass der von der Straße aus sichtbar ist Gar nicht so einfach Aber das ist ja Auge, gell? Naja Ja, nur rumsuchen ist auch langweilig Mal ein bisschen Quest wieder Platz wechseln Licht rumsehen Alt, was ist das? Handbremse Oh, driften Ja, du kommst ja gar nicht weiter, wenn du nur am Suchen bist Meiner ist schöner Ja, was macht der Trampelpfad da? Oh, geil, der Wasserfall Kiste ist genau unter uns Okay, hier Es kann nicht so weit unten sein Der Trampelpfad ist hier nicht umsonst Hopfi hat gefunden Hopfi hat gefunden Die Kiste Oh, was ist schönes drin? Oh Die zerlege ich erstmal Die zerlege ich auch Meine 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 MPM Kürz ist das MKA Kann man dann später Teile bauen Gibt es hier noch was? Aber was bedeutet Auge? Was bedeutet Auge? Ich weiß nicht, was Auge bedeutet Ich weiß schon, was Auge bedeutet, aber Für was nützt Auge? Ah, Auge bedeutet vielleicht der Eingang hier Das ist genau hier So, das muss ich wieder hoch Na, rein da Bin aber schon noch richtig, hoffe ich Wo ist das Kleine? Wo ist das Kleine? Ist das oben oder was? Moment Moment Das hole ich mir auch noch Da ist es Geht schon, geht schon, geht schon Ich mag Kisten Hallo Kiste Was haben wir denn da? Kohle, Kohle ist immer gut Na gut Komme ich jetzt hier auch wieder hoch Oh Ah Was ist das? Blaue Blume nehme ich mit. Weiß zwar nicht für was. Jetzt haben die da einen Helikopter. Kann ich den auch fliegen? Ich fliege eine Runde. Ich will einfach mal wissen, wie das ist. Wie bediene ich den? Mehr, weniger. Weniger. Shift oder was? Ui, da ist gar nicht so einfach. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Okay, geparkt. Einfach mal ausprobiert. Muss ich durch den Dschungel, weil die hier alle parken? Aha. Aha, Base, oder? Stehenbleiben! Ich, ich, bleibe. Ich wurde eingeladen. Ich bin die Hausfrau. Es werden immer mehr. Sie können gerne umdrehen und den Berg wieder runter. Die Lage ist angespannt. Wissen Sie? Seien Sie vorsichtig mit der Waffe. Wir töten keine Schießereien in Erewhon. Ich kann damit umgehen. Ein bisschen. Erewhon. Die Höhle. So nennen wir sie. Kommen Sie. Erewhon. Erewhon, ja. Die anderen Überlebenden von Ghost erreichen. Finden Sie Überlebende hier drin, oder was? Ah, was? Von Bauern zum Freiheitskämpfer. Was hältst du davon? Meinst du mich? Schau mal in Gesichtern her. So musst du erst mal rüberkommen. So grün. Okay. Ein bisschen schocken am Morgen. Vertreib Kummer und Sorge. Jetzt geht's los. Wer ist denn er? Spieler Info? Spieler Info? Was ist denn Spieler? Ach, das ist... Das ist... Aha. Keeler. Keeler. Nicht Keeler heißt er. Was sind denn du für schöne Sachen hier? STG. Schick, schick. Was ist das für ein Ort? Mama Mia, was ist das für eine Höhle? Okay, da ist offen. Ich dachte nicht, dass es online ist. Äh, dass hier auch andere Spieler rumhüpfen. Jetzt muss ich erst mal hier hin, oder? Hey, du redest mit mir, weißt du? Bin ich korrekt, deine Freundin? Ist bei euch alles okay? Nur wir zwei sind vom Trupp übrig. Kein Funk, keine Drohnen. Und wir haben genau zwei Gewehre und acht Magazine. Die Einheimischen haben Wasser. Und ein paar Vorräte. Die Höhle ist echt unglaublich. Wahnsinn. Sie ist wirklich unglaublich, ja. Atemberaubend. Ja. Sie sind alle relativ freundlich, aber sie halten uns an der kurzen Leine. Was hat unsere Vögel abgeschossen? Keine Ahnung. Aber da draußen gibt's auf jeden Fall Feinde. Ich hatte einen Zusammenstoß mit Soldaten, die sich Wolves nennen. Mit wem haben wir's da zu tun? Erstmal habt ihr's mit mir zu tun. Hehehe. Der Cowboy ist hier. Ja! Kannst du hier das sagen? Wer will das wissen? Mein Rufzeichen ist Nomad. Ich bin verantwortlich für die Operation. Mit Operation meinen Sie wohl das riesengroße Desaster hier? Hey, alter Mann. Immer schön freundlich. Ich will nur rausfinden, warum uns ein Haufen Infanteristen in den Schoß gefallen ist. Jemand hat vor der Küste ein Frachtschiff der Marine versenkt. Danach ging der ganze Aurora Archipel vom Netz. Wir wurden geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ehe wir uns versahen, schoss irgendwas unsere Helis ab. Fliegt dafür Zettdurch. Die erste Land Soldaten ist tot. Wir nehmen an, dass es eine Art Militärputsch gab. Sentinel, diese Militärfirma, hat den Ausnahmezustand verhängt und setzt ihn mit der alten Stiefel im Nackentechnik durch. Skelltech stellt noch denselben Hightech-Rahm her wie immer. Nur sind es jetzt vielleicht mehr Waffen. Nicht gerade das liberale Utopia, das J-Skill verspricht. Wo finde ich J-Skill? Ah, den Kopf von Skelltech-Persönlichen. Wir haben ihn nicht gesehen. Aber seine Drohnen behalten die Inseln im Auge. Sie denken, was er damit zu tun hat. Wir wissen nur nicht, wieso. Okay. Das herauszufinden kommt auf meine To-Do-Liste. Kann ich zu den Verwundeten? Ja. Einer ihrer Leute braucht Ruhe, aber kann den Mund nicht halten. Beruhigen Sie ihn, ja? Achso, er ist zu laut. Ich haue in ihm ein paar in die Schnauze. Ich werde sie rumführen. Na gut. Voll cool, meine Tarnung, oder? Extra für die Wald. Meine Haare ein bisschen zu hell, eh? Die BG. Was ist ein Kompensator? SC20K-M-Ansicht. Habe ich die jetzt bekommen, oder was? Wie kommt man in diese Menüs? Ich kenne mich null aus. Durch Aufklärungsdaten erhalten Sie Informationen ins Acht. Das kommt von den Daten, die ich am Computer habe. Ja, okay. So Waffen. Heften Sie diese an, um die entsprechenden Blaupausen zu verfolgen. Ich hoffe, ich habe es gemacht. Bringen Sie Blaupausen zu Maria nach, das ist sie, Erewun, Erewun, Eewun, Eewun, Eewun und kaufen Sie sich die Waffen mit der passenden Ausschluss. Okay, neu. Wie ersetzen, ich... Mit dem Verletzten überleben. Ich check's nicht. Und jetzt? Was habe ich denn jetzt gemacht? Einsatzübersicht. Warum macht ihr hier die große Ladung? Okay, wie kann ich in dieses Menü rein, in dieses Scharfschützen-Menü? Ach, Mann. Oh, jetzt hat... Das war ja mal ganz schlau. Was ist das? Rüsten Sie diesen Vorteil aus, um die Effekte zu erhalten. 40% Maximum Munitionsenergie, 10% Munitions... Was ist das? Aktivieren Sie die Nachtsicht, indem Sie V drücken. Auch nicht schlecht. Mehr Leben. Das habe ich mir, glaube ich, schon gegeben. Ich habe schon Bock, als wenn ich vorher gesehen hätte. Tarnung im Schatten. Erhöht den Schadensbonus mit Handfeuerwaffen. Nur HFW. Ziel sind mit der Handfeuerwaffe automatisch, während sie vom Feind entdeckt werden. Maximal 150 Meter, nicht verfügbar, PVP. Ja, ist sehr langweilig, automatisch zu ziehen. Ohne wir zusätzlichen Schaden zu fügen. Granatwerfer erhalten, Boni. Schnelles Wiederbeleben, ja. Tarnungsbonus, schnelleres Bewegungstempo, Schalldämpfer auf. Handfeuerwaffen und Maschinenpistolen verringern den Schaden nicht. Gut, ich mache erst die Dinger und dann gehe ich hoch mit dem, mit dem. Oh, 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 oh. Okay, was ist das? Einsatz. Episode, Spezialeinsätze. Ghost War PvP, nee, ich habe keinen Bock auf PvP, ehrlich gesagt. Episode 1. So jetzt 2. Also diese Beschreibungen hier, die sind echt schlecht. Äh, muss ich... Was ist neu? Muss ich wieder... Ah, mei, mit Pfeiltasten. Haupteinsätze, Anführer der Wolfos. Okay, das ist das. Ich check's immer noch nicht, wie es funktionieren soll. Ich drücke... West Point. Ihre Waffen fällen. Okay, die sind aber zu gut, oder? Empfohlene Stufe, plus 100. Ich drücke... Alles klar. Haupteinsätze. Ich drücke... Und es funktioniert irgendwie nicht. Ich check's nicht. Ohne Scheiß. Dass man da nicht mit der Maus scrollen kann, sondern den Pfeiltasten ist verwirrt. Oh, da gibt's ja noch viel mehr. Nachforschungen. Ja, aber wie komm ich denn da rein? Ich hab keine Ahnung, wie's... Hättest du damit gerechnet? Aufsatz... Da muss ich dann zu ihr, oder? Das ist doch... Ich krieg jetzt gleich einen Anfall. Wenn das... Leck mich. Wo muss ich hin? Das ist ein Spieler. Da müsste ich hinterher, aber ich will mich ehrlich gesagt ein bisschen umschauen. Nein, wo ist kein PvP? Nein, wo ist kein PvP? Okay. F ist Aktionstaste, jetzt hab ich's gecheckt. Ok. Nö, ich auch nicht. das ist mir echt so blöde hier ach man muss F und Maus gleichzeitig drücken wo kann ich mich, wo kann ich die Selbstversorgung, wo kann die Selbstversorgung finden Sie Hinweise um verschiedene Räts zu lösen den Sie in der Reise beginnen zu erhalten auf dieser Seite sind alle ungelösten Rätsel die ihre Operation ausführen müssen schreiten Sie in den Einsatz voran oder erkunden Sie die Insel um Hinweise zu finden wenn Sie alle Hinweise gefunden haben können Sie das Rätsel lösen ah ja das wäre auch schön und das hier Hinweise sammeln, aber wie, wie, wie sammle ich die Hinweise erstmal dieses, okay, auf alle Fälle für Sicherheit sorgen fraktionsfünf Einsätze das ist ein Müll dieses Anklicksystem einsatzzüberschreiten und ein paar echten Qu zitiert lauflich oder Arensch Okay, das ist aber dann ganz schön viel. Na ja, gut. Hafennotizen verwalten. Sie können alle angehefteten Notizen in dem Menü wieder löschen. Mit Tab können Sie aktuelle Hafennotizen anzeigen und verwalten. Kann ich eigentlich die Karte dauerhaft anzeigen lassen unter Einstellungen und Interface ist ja das, oder? Nee. So kommt da nichts. Jetzt hängt's. Was soll denn das? Ah, jetzt muss ich machen, wenn ich aufnehme. Was ist das hier, zu viel Action? Ah, das wird mir dann hier angezeigt. Gut. Dann machen wir mal die Aufgaben dann alle, oder? Oh, wo ist das, wo ich jetzt die gelbe aufgabe? Nicht die grüne. Vor allem, wo sind die? Oh! Die ist ja riesig, das ist ja hier. Wie meinst du das? Die Angestellten von Scar sind blutjung, schlau, aber quasi Kinder. Die Outcasts kämpfen, aber sie kamen als idealistische, technikbegeisterte Kids. Sentinel ist eine ausgebildete Armee. Das ist, als würden scharfe Wölfe besiegen wollen. Deswegen brauchen sie uns. Wir haben auch nicht mehr Erfahrung. Wir sind Bauern, keine Krieger. Klar, wir können jagen, aber Menschen zu jagen, ist etwas anderes. Ich bin ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt. Muss ich zugeben. Was man hier alles machen kann. Was kann ich hier bei dem hier machen? Raids. Funktioniert alles nicht, okay. Ich will nochmal schnell was schauen. Wo konnte man denn nochmal Sachen herstellen? Aber in den Waffen, oder? Geht mir das auf den Sack, dieses Menü ist ja echt scheiße gemacht. Also wirklich. Zum Beispiel hier. Geht. Dann kannte man doch. Auswertet benötigt die Komponente. Habe ich. Das ist Standard Waffenteile. Standard Waffenteile plus eins. Aber was bewirkt das? Ach, da unten. Nachladetempo. Nachladetempo. Was wäre das dann? Reichweite. Und das ist wahrscheinlich Handlinge. Hauen wir mal alles rein. Farbe. Gibt es aber noch andere Modifyings? Langsam komme ich. Ich würde mich besser damit Altmenü verbergen. Moment. Muss doch noch was anders geben, oder? Kann man nicht irgendwie Waffenteile? Ah, hier, oder? Okay. Achso, die muss man freischalten, oder was? Wenn ich die drei Punkte habe, oder? Eins, zwei, drei. Kann es sein? Eins, zwei. Ja, da sind es mehr. Schalldämpfer. Standard Schalldämpfer. Oh, oh, oh. Ah, cool, wie die Waffe auseinander geht. Zielfernrohr. Was habe ich da? Was habe ich Standard? Woher weiß ich, ob ich es ausrüsten? Ausrüsten. Ach, die kann ich schon verbessern, die Sachen, oder wie? Also mir gefällt bei dem am besten hier. Solides Allround. Gutes Wifür für mittlere Entfernung. Ne, machen wir hier Allround. Ist der jetzt ausgerüstet, oder ist es dann schlechter? Das ist schon... Keine Ahnung, ich checke dieses dämliche Zeugs hier nicht. Ich bin wahrscheinlich schon drauf, oder? Ich weiß nicht. Ich... Gibt es hier Läden oder sowas? Ach, da muss ich hin. Nein. Nebeneinsatz. Neuer Einsatz. Und wie bestätige ich das? Wieso rechts Stopp? Das muss doch irgendwie... Also das ist echt schlecht gemacht. Ja, und jetzt? Einen schönen Tag. Oh Mann, jetzt geht es mir verhäkterisch auf die Nerven. Wie kann ich denn das bestätigen? Mit Tab. Nebeneinsatz. Neuer Einsatz. Aufklärungsdaten zum Sammeln. Wie? Hallo. Ich will Ihnen nichts tun. Doch. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, ehrlich gesagt. Ich checke es einfach nicht. Mit den letzten Überlebenden sprechen. Das habe ich doch getan, oder? Na, wie geht's? Leertaste. Leertaste. Okay. Leertaste. Ah, Mann, 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 Mann. Hey. Kein Grund zur Sorge. Sorry, dass ich mich einmische. Leertaste. Das ist ein Problem? Vielleicht. Unser Freund Samuel ist verschwunden. Ein Selbstversorger? Ja. Nur, dass er beschlossen hat, lieber allein zu sein. Warum steht da nicht Leertaste? Ein großer Verlust, wenn Sie mich fragen. Ja, aber das... ...aber im Moment... ...ein falsches Wort zur falschen Person. Ah ja. Ich verstehe. Wo treibt er sich denn normalerweise rum? In der Gegend südöstlich von Garden Mangrove. Im nordöstlichen Teil von Gaia Arm. Alles klar. Ich sehe mal, ob ich ihn finde. Tausend Dank. Gut. Anheften. Ich nehme gleich BR-Requests. Mit dem kann ich nicht reden. Laden! Da! Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ciao, euer Hopfi!